Ich zeige euch heute, wie ihr Babysocken ganz ohne eine Ferse strecken könnt. Warum die Babysocken auch keine Ferse benötigen, das ergibt sich durch diese Spiralform. Die werde ich euch aber detailliert noch zeigen. Es geht aber ganz einfach. Wenn man es einmal verstanden hat, dann braucht ihr die ganze Anleitung gar nicht mehr. Ich benutze von Lanyans die Golf, die sind ein wenig dicker als die normale Sockenwolle, die ich sonst verwende. Was ideal ist für Babysocken. Man kann sie mit 40 Grad waschen, deswegen habe ich sie auch dafür verwendet. Ich schlage mit dieser Wolle 28 Maschen an. Wenn ihr eine dünnere Wolle verwendet, dann schlagt um vier Maschen mehr an. Für größere Kinder könnt ihr noch einmal um vier Maschen mehr anschlagen, das heißt insgesamt acht Maschen mehr anschlagen. Ich stricke nun vier Reihen ein Bündchen. Das heißt, ich stricke vier Reihen immer eine Masche rechts und eine Masche links. Eine Masche rechts und eine Masche links. Wo der Anfang von eurem Strickstück ist, das solltet ihr euch merken. Entweder ihr macht eine Maschenmarkierer rein oder ihr merkt euch das ganz einfach. Ich werde jeden Mustersatz die Farbe wechseln. Dann seht ihr ganz gut, was ich so mache. Wenn ihr das Bündchen fertig gestrickt habt, beginnt ihr mit dem ersten Mustersatz. Das heißt, ihr strickt ganz einfach zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Und das die ganze Runde und nicht nur die ganze Runde, sondern die nächsten vier Runden. Vier Runden lang streckt ihr immer zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Ich habe es hier wieder aufgezeichnet. Und nun versetzen wir das Muster. Das habe ich hier auch schon aufgezeichnet. Wir stricken drei Maschen rechts und zwei Maschen links. Und dann zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und zwei Maschen rechts. Das Ganze wiederholt ihr, dass ihr insgesamt jeweils vier Runden den gleichen Mustersatz habt. Wenn ihr, so wie ich, bei diesem Mustersatz mit drei Maschen rechts angefangen habt, passt in der zweiten Reihe dann auf, dass ihr die erste dann links strickt. Ich habe einen gelben Pfeil hingemalen. Im Prinzip war es das auch schon. Ihr strickt immer vier Reihen den gleichen Mustersatz und dann verschiebt ihr das Ganze nach links. Ihr könnt natürlich die zweite Socke gerne gegengleich machen. Das werde ich machen. Meine zweite Socke ist übrigens noch nicht fertig. Wenn das Ganze lang genug ist, ich habe so 18 Zentimeter Länge, dann kann man mit der Spitze beginnen. Bei der Spitze stricke ich die ersten zwei, bei mir sind es jetzt linke Maschen, immer in der ersten Reihe alle linken Maschen zusammen. Das heißt, die zwei linken zusammen, über die rechten zwei rechte drüber. Die zwei linken zusammen, über die rechten zwei rechte drüber. Die nächste, also die dritte Spitzenrunde, da strecke ich alle rechten Maschen zusammen und die linke strecke ich links. Nach dieser Runde stricke ich wieder eine Runde einfach so drüber, also über die rechte eine rechte Masche, über die linke eine linke. Und die letzte, das ist die fünfte Abnehmerrunde, da strecke ich einfach immer zwei Maschen rechts zusammen. Nach dieser Runde ist dann auch Schluss und ich schneide den Faden ab und ziehe den Faden durch. Also ich stricke einmal und ziehe ihn durch und das mit allen Maschen, die noch auf den Nadeln sind. Und zum Schluss hole ich mir den Endfaden auf die innere Seite und ziehe ihn zusammen und vernähe ihn. Und fertig ist die Babysacke mit toller Passform ohne Ferse. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachstricken und ich wünsche euch einen strickvollen Tag.